Ah, na gut, dann machen wir mal weiter, bevor ich ins Delirium falle. Ich hab mal ohne Hallo YouTube angefangen, aber ich hab aufgenommen. Keine Angst. Hallo YouTube, mein Chat sagt Hallo YouTube. Ich war unhöflich, es tut mir leid. Merci. Wait, Cloud? Where's Jesse and Wedge? Report. What? Topside's going nuts after some terrorists jumped off a train. Nice and quiet here, though. So quiet, I had no trouble securing your route into the reactor. You magnificent son of a bitch. Bring it in. So, where are the others? Jesse got hurt and couldn't make it. Bad? Not so bad she couldn't rope in this guy. Thanks for stepping up. It's a job. Worked out pretty good. You picking that train you did. While Shinra scours Sector 4, you can waltz right on into Sector 5. It's a bit of a squeeze, but it ought to get you where you need to go. Little dark and foreboding for my taste. Beggars can't be choosers. Oh, and you'll be needing your grappling guns, of course. All set. Ready to take on the world and then some. Make sure everyone gets clear, okay? Will do. Okay, y'all. Keep these grappling guns close. Secure them to your belt or whatever so you don't lose them. When we're done, we'll be using these babies that get damn safe. All of us. Got it. Gra- Graveling hook. Was war noch mal Gravity Falls? Das sagt mir irgendwas. Mit Marco fängt man Ratten. Oh, oh. Wait. Marina! Fix those lights! Excuse me, Sir. Your time? Quickly now, quickly! Hmm. That's it. That's the smell. This place reeks of Marco. Looks like we made it. The same layout as Reactor 1? Yeah. We're near Marco storage. Let's move. And look! I'm not seeing a way down. Ah. Here maybe? Well, now, that could work. I'm next. Kinda scary, huh? It's all in the mind. Hey, check it out. They stick this big boy on us? We'd be screwed six ways from Sunday. Mechanized units like these were designed to take out giant monsters. Probably a new prototype. If they do decide to deploy it, then our best bet would be to run like hell. Oof. Then let's hope we sleep through the explosion. No. 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 Where is everybody? You mean Shinra? Got spooked and cleared out to my guess. No, we're in the nothing. Gotcha! Hey, did you see me in action? Must have missed it. Äh. Wieso kann ich hier nicht durch? Egal. Almost there. The smell. It takes me back. It takes me back. No match for me. You can't do that. You can't do that. I can't do that. Gotcha! Yeah! Going in. Come on! Come on! Das war's. Oh. Oh, oh. Von wo weg geschossen? Da oben. Barrett, Barrett, mach du das mal. Barrett, Barrett, mach du das mal. Barrett, Barrett, mach du das mal. Barrett, 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 Bar Was? Ui, das war stark. Nimm das Künken mal raus, vielleicht gehen dann die anderen. Ja, das könnte auch sein. Wieso kann ich die hier drüber nicht benutzen? Das ist ein Blut. So, es war wie das letzte Mal? Ein bisschen mehr K.I., nicht das richtig? Ja. Schutzweste, aha. Ja. 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 Oh nein, die ist traurig. Wie, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie viel Zeit brauchen wir? Wir haben alle Zeit in der Welt. Dieser kommt mit einem Detonator remonten. Auf der Jesse. Wir gehen nach einem selben Distanz. Dann... Kaboom! Was? Kein anderes. Wir gehen weg, wie wir hier sind. Lass uns zurückkommen. Okay. Es geht immer noch nicht schade. Ich werde ausgetrinkst! Wird nicht so gut. Wird nicht so gut. Wird nicht so gut. Wer uns schaut? Sie sehen uns? Du solltest du flattig! Jetzt, du sollst du die unvergültige Intentionen von jeder Säule in Midgard! Huh? Was ist das? Verbrengte News von Mako Reaktor 5. Shinra hat den Reaktor zu sein, dass der Tarkett von der Bombe-Trakte, von der Terrorist-Gruppe Avalanche. Die Mitglieder der Gruppe wurden in die Facilität entdeckt, und die Sicherheit in der Zeit für die Explosive-Devise. Wir gehen jetzt live in der Szene. Ich bin hier in der Sektor 5, Undercity. Sie haben die Terroristen-Gruppe geöffnet, die Shinra-Aberation Center hat einen Verbrengungs-Aberativen Angriff. Die Regierenden sind entschuldigt, dass die Tragedie der Mako Reaktor 1 nur der erste Angriff in einer Kampfkampagne. Der Präsident Shinra hat eine Statement geöffnet, die Verbrengungs-Aberativen, dass die Terroristen bald werden in der Justiz. Und so, für eine Menschen, die von Chaos und Verbrengungs-Aberativen Angriff ist ein Verbrengungs-Aberativen Angriff. Wir geben uns das größte Angriff. Bred und Angriff! Bred und Angriff! Bred und Angriff! So dämlich können die doch nicht sein! Angelegenheit auf der Linie. Der Ayrbuster ist nur 60% operativer. Die Estimaten waren optimistisch. Ich bin da! Für die Imbecile in charge, Downbear! Du bist hier in Ordnung, um diese Intrudern zu holen, und sie zu mir bringen! Ich bin ruhig, ich bin in der Probleme! Shhh! Ich habe ihn. Du bist hier in Ordnung! Ich bin hier in Ordnung auf dem Marsch bleed. Musik Was ist die Technik? Ich hab schon mein Limit fertig, okay. Warum ging das denn jetzt so schnell? Hell, nein! Listen, sie wollen das in einem Spektakl, dann sage ich ihnen einen. Wir nehmen den Schindler's großen Mech in front of everybody. Okay, ich bin aufgewacht. Subtue die Insurgents und bringe sie in den Kommandzentrum sofort, ich sage es. Subtue die Insurgents und bringe sie in den Kommandzentrum sofort, jetzt! Subtue die Insurgents und bringe sie in den Kommandzentrum sofort, ich sage es. Subtue die Insurgents und bringe sie in den Kommandzentrum sofort, jetzt! Oh nein, jetzt ist da wieder jemand, der die ganze Zeit labert, das nervt. Subtue die Insurgents und bringe sie in den Kommandzentrum sofort, jetzt! Die gute Airbuster. Kennt man auch aus dem ersten Teil, weil ich den kennt man auch aus dem guten Original. Aber du nervst doch nicht, du warst. Intruders! Take them out! Take them out! ja auch Wir sind dich doch schon gewöhnt. Hallo? Irgendwie sind hier nur Beleidigungen. Ihr müsst mich mal wachhalten. Ich schlafe es uns gleich ein. Aber nicht beleidigen. Cloud, schau es dir an! Es sieht, wie ein paar von seinen Komponenten sind noch im Transit. Wir sehen uns über das. Sie könnten ein bisschen mit seinen Laufkauf. Und uns einen Blick geben? Es sollte ein Konsol irgendwo sein. Ist das die Konsol, die du sprachst? Ich glaube, du kannst es zu arbeiten? Es braucht eine Klang. Na, dann finden wir es. Warum hauen die nicht einfach ab? Nee, das ist nicht richtig. Ha? Ha? Doch. Okay. Aha. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin einer von den Komponenten. Huh? Es muss ja irgendwo oben sein, aber wie komme ich nach oben hin? Error, die Karte braucht für die Operation. Oha, Tifa. Was ist denn das für ein Hauptmissionen-Symbol? Mal ganz im Ernst. Ja. Gut. Jetzt schauen wir uns das Konsole an. M-Unit, hm? Ich glaube, das ist ein Komponente? Ja. Ein Einheiten, die durch liquefieden Materie. Das klingt schlecht. Äh, ich bin ziemlich sicher, dass ich diese Einheit für die Dämpfe. Okay. M-Unit, flagged for disposal. Served all right. So far so good. Right. Let's move! Wo kommt denn das jetzt hin? Nach repaired ich, was ich auf jeden Ort muss. Da habe ich mich darauf ach. Also habe ich es. Und hier sind wir vor, was ich mich auf dem Weg Astronaut? Ja. Was ich weiß? Ja, wahrscheinlich haben wir ein Karteil. Wir konnten es nicht alles tun. Was man damit tun? Danke. Nur ein Schrei für denные Derek nutzen. Es ist schön, danke. Ich bin jetzt mal erschienen. Stay sharp. You don't need to tell me, Spice. Oh dear. Gotcha. Keep it together. Let me handle this. About damn time. Bring it. Suck it. Want some more? Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. B7. Copy. We've lost contact with B8. Send some men to check it out. We've got a schedule to keep. Intruders! Seize them! Engineering, this is B7! Let's do this bizarre. Negative B7. You're about to prevent priority. You're on the road! Come on! And we'll kill with you ourselves! Looks like there's two consoles this time. Huh. Double the sabotage. If we can find the key cards. Any cards? Just the one. Two choices. And only one single-use card. It's up to you, Cloud. You're gonna be there now. No problem. I'm not bad. It's up to you. Come back to you. I'm sorry. Die Konsole spricht über große Bomberschäden. Hast du dich erinnert? Wir nennen sie BBs. Einer ist genug, um dich zu Höhe und zurück zu fliegen. Ich könnte sie verbreiten und geben ihnen ein paar weniger Schäden, um uns rauszuholen. Mach den Kurs. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Ja komm, weg damit. Nimm die Mitte. Big Bomber Shell flackt für Disposal. Ich denke, dass die Gesichter der Gesichter, wenn sie herausfinden können. Also, wo haben wir die verlassenen Sachen? In einem Schwerpunkt für verwendet, ich glaube. Das ist so. Du denkst, dass diese verwendete Schäuze und Programme-Core-Programme sehr wertvoll sind, um ein bisschen... Detour zu machen? Vielleicht. Ich sage, dass wir sie holen. Wenn wir so weit kommen... Wenn wir so weit kommen... Okay, hören Sie bitte. Alles, was Shenra dir erzählt hat, ist eine verrückte Lüge. Ja, Marco! Das ist der Leben unserer Planung! Es sind schäuert, die Schäuert sind schäuert. Ihr habt alle einen Riser! Barrett, mit jemandem du bist? Die Leute! Ich mache mich auf TV, ich werde ein paar Trüben geben. 1.000 Gehl sagt, dass sie das Geräusch haben. Oh-oh. Boah, der ging ja jetzt schnell in den Schock-Zustand. Ich habe noch einen Riser, ich habe ihn nicht mehr. Oh-oh. 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 Hey, ich weiß nicht. Oh-oh. Ich denke immer die Türen gehen von alleine auf, Mann! Hier liegt doch wieder irgendwo eine Keycard rum, Deiser. Findet ihr Karten? Nur eine. Und diese Zeit haben wir drei Wahl. Geh deine Wahl. AI-Programmings-Core. Hm. Was denkst du, Cloud? Wollen wir es ausführen? Wir treffen Betäubungseffekt zur Verfügung. Je mehr KI-Känder entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Überlege dir gut... Okay, ich hasse Betäubung, darum packe ich das weg. Wir können ja mal gucken, was das andere noch so ist. Was ist das? M-Unit. Ein anderer Typ von Erinnerung. Du kenne dich, wenn du es willst. Du fühlst dich, wie ein paar BBs schrappern? Hör auf und entscheide, was du davon willst. Es ist vor der Zeit, dass wir Schindler eine Lese haben. Heidegger hat keine Ahnung, was er mit ist. Okay, jetzt wird er betäubt, stirbt und darf alles nochmal machen. Wir versuchen, die Schindler zu machen, während die ganze ganze Stadt schauen. Hehehehe. Wundern wie diese, du hast dich zu retten. Oh nein. Wenn du mich gefragt hast, dann nicht. Komm schon, nicht schade. Wie geht es dir, Cloud? Ich gehe nicht. Eine lilane Kiste, das hatten wir ja noch nie. Überschallfäuste, okay. Ah, die sind bestimmt für Barrett. Aber ich lasse vorsichtshalber mal seine Fernkampfwaffe an. Weil Überschallfäuste hört sich nach Nahkampfer Takan. Wir haben jetzt zwei Nahkämpfer. Okay, ich hätte gedacht, dass hier noch eine Heilstation kommt. Aber dann nicht. Ich will immer über ein Menü heilen, aber das geht halt nicht. So'n kleines Bämmchen hat noch niemanden geschade. Das war's für heute. B5, das ist Enginheerung. Ihr braucht die Pace. Wir sind gefährlich, wegen diesen Terroristen. Copy. Sie sind hier! Stop das! Sie müssen das. Okay, gott's! Let's kill him! You're mine! Let's do this now. Bunch of pushovers. Come on y'all. Let's see what kind of mischief they were getting up to. Four consoles. And never enough keycards. Gibt's noch mehr? Nee, ne? An AI-Programming-Core. Should we discard this or something else? An AI-Programming-Core help it move faster, right? Divertet or not. We're coming up on the exit. Tifa, detonator is still in range. We should be good. The moment big boy goes down, you hit that switch. Right. That's an M unit, right? Yep. This is our chance to really stick it to Shinra. We should think it through before we make a decision. Big Bomber Shells. We should divert them if you think it'll improve our eyes. Big Bomber Shells. We should divert them if you think it'll improve our eyes. Just imagine in their faces when they find out. Come, nimm mir noch n'Ki-Can raus. Programming-Core, flag for disposal. Heidegger is not gonna like that. I think we've done enough to weaken the robot? All that we can, at least. It's all good. The stage is set. Den Erfolg, du hast recht, dann hätte man glaube ich so'n Erfolg holen können, beziehungsweise ne Trophäe. Ich dachte, wir müssen das machen. All this left is to hide. I can't hide. I can't hide. I can't hide. This is some bullshit right here. Shut up. Get ready. Get ready. You're done. Get ready. I can't hide. Anytime now. I see you. Come on! Get along! Da! Geh es! Mach da mal die Speedrun, kann ich es kaum erwarten. Ihr seid sehr zuversichtlich, das finde ich gut. We gotta go the other way! Can't say we didn't prepare. Now we just gotta get it done. Ok, ich speichere nochmal ab, vielleicht kommt jetzt hoffentlich der Kampf. Und jetzt Pause, auf keinen Fall. Zum Tode verurteilt, ok. Okay. Status report. Wir sind kurz auf BBs, aber wir schauen uns auf die Plätze. Work schneller, oder du hörst es aus der Brasse. Schau, sie sind noch präppig. Sie sind hier! Hold'em zurück! Buy uns alle Sekunden, wie Sie können! Sie sind hier! Was das für die Standart der Kommission? Was heißt das? Das war's nicht los. Was? Was heißt das? Was? Ja! Das war's für heute! Das war's für heute! Using force! Sit up! We're too late! Also, you! That's far enough, you bastards! I'm taking you down! Gotcha! Boom! Aim's good! I do like that! Y'all never had a chance! Hey guys! Looks like a performance assessment, don't you think? We'll figure out its weaknesses as we fight it. As long as we stay focused, we'll be fine. We can do this. For real though, we need to talk victory poses. Something coordinated for the live on camera finish. Could blow up big, start a new trend! Veto. Huh? No way up! Von da hinten sind wir gekommen, oder? Ja. No way, we're getting back up that pipe. Keep looking. Huh? Hear that? Oha! Ich hab' mein Leben nicht aufgeladen. Damit hab' ich jetzt nicht gewissnet. Ugh! Oha! I see you! I see you! Ah! Floppy! Ah! 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 Bingo! Ah! 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 Yeah! See ya! Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das war's. Huh. Boah, dieser Weg, der ist so mega lang. Marlene. Das geht auch für dich, Cloud. Right? Du besser auf den großen Lachen dieses Mal. Wenn der Preis richtig ist. All right. Ich weiß mit den Heiltränken, das dauert ein bisschen lange, aber ich möchte mir eigentlich die Supertränke für den Kampf verwahren. Was? Das war's. Das war's. So, how do we do this? It's simple, really. We move the levers at the same time. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann ja was sein. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Das war's. Was? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tightwad. Aber hier und da, das macht mich einfach mehr robben. Ja. Lass uns das ihm anziehen. Oh, das Speichern dauert immer hier so mega lange. Darf man dem Speedrun nicht machen, ne? Delta Level Security Lockdown ist aktuell in Effekt. Okay, Leute. Ihr wisst, was wir tun müssen. Kopien mich? Nein, Tiflitz. Oh, gut. Nach dir, Frau. Du musst erst nach Level 1 gehen, oder? 3, 2, 1. Huh? Shake it off. 3, 2, 1. Alpha Level Security disengaged. That was great, you guys. Let's keep it up. Alright. 3, 2, 1. What? Beta Level Security disengaged. Wow. Think we've got this? Hell yeah. Bring it off. Ain't nothing I love more than sticking it to Shinra. Halfway there? Stead, guys. 3, 2, 1. Das war zu spät. Um. Um. Breathe when I breathe. We got this. 3, 2, 1. Aha. Don't rush it. Shake it off. 3, 2, 1. What? Shit. Focus. 3, 2, 1. 3, 2, 1. I'm uh. Still getting warmed up. We got this. 3, 2, 1. Um. Breathe when I breathe. Barrett, reiß dich zusammen. Ries dich zusammen. 7, 7, have it happen, who are? 7, 7, have it happen, who are? Hell no. Hm. How about this thing? 7, have it, have it, have it, have it. Ugh. We're doing it my way. 3, 2, 1. Gamma Level Security. Disengage. No way. You guys are natural. Ich wollte nur, dass ihr die Sequenz seht. Das ist alles. Okay. Final round. Don't lose focus. Nochmal. 3, 2, 1. Ah. Delta Level Security. Disengaged. Disposal room now accessible. Ugh. Finally. I was beginning to think it'd never end. Hey, yo, Cloud. What's the deal? You really a bonafide soldier? We didn't train for this stuff. Ha. All that marching with no rhythm? How did you soldier on? Okay. That's enough of that. Let's see what's inside. Ah, so. Oh. Magie Boost. Toll. Achso, das war das gar nicht. doch, wo wir jetzt fahren. Ja. Das war wie Cloud-Sav. Sie sagen, ein Job hat gut gemacht. Ich sage, du fährst alles, das nicht aufgepasst. Ich. 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 Was ist der. Ich bin 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 der. ok nice gut ah ja jetzt ist hier der ah ok auch eine bank zum aufladen tatsache die musik ist schrecklich die schrecklich jetzt kann ich speichern jetzt kommt der bosskampf irgendwie hätte ich mir auch denken können dass hier so ein heilplatz ist ich hätte mich nicht die ganze zeit heilen müssen ich habe es mir irgendwie gedacht aber ich wollte auf nummer sicher gehen nachher gehe ich da mit wenig leben in den kampf rein habe vergessen zu speichern dann hat man den salat auch die öffnet sich jetzt von alleine wo ich jetzt dran denke den schalter zu betätigen öffnet sich diese tür alleine kommen ich fühle mich hier nur noch verarscht ehrlich auch oh ja das sieht nachdem er schau schau da um Platz aus das kenne ich doch aus dem Original er hat auch kann automatisch gespeichert sich gerade stimmt huh huh look Das ist eine große Herausforderung, aber alle Soldaten wissen die Wahrheit. Das stimmt. Vielen Dank für jemanden zu bekommen! Was habe ich gesagt? Du hast mich als die Zeit zu gehen, ohne die Hand zu gehen. Es ist nicht genug, dass ich heute in der Zeit für alle deine Schuld. Und was eine Wastevolle Indulgenheit es wird, selbst wenn es da wäre. Okay, dann. Wir sprechen über Wastevolle Indulgenheit. Was ist Mako, das Leben? Das Leben des Planeten? Unsere Planeten? Aber Shenra weiter schlafen es wie ein Pferd. Was denkst du, wenn du nicht aufhörst? Hm. Wir müssen immer weiter schlafen, wie du sagst. Aber für welche Vorteile? Ich frage mich. Die echte Natur von Mako ist bekannt für einen und alle. Doch die Leute williglich schlafen auf die Kosten. Wie musst du sicherlich wissen. Du darfst nicht versuchen, dass wir das auf uns nehmen! Wenn jemand mit deinen Planeten geht, ist es weil du sie aufhörst. Die Art von Mako verliert mein Vater. Die Wutaire, meine Vertreise sind. Der Chefs von Wutai, ihrem Gegenwart von Wutai. Wie bist du vor ein seculares Wutai? Wenn du auf die Wutai-Wutailst, wirst du nicht. Danke für unsere Wutai-Wutai-Wutai in den ganzen Haut? Wutai, wo wir sind? Du wirst noch nicht verstehen, dass deine Rolle in dieser Rolle ist. Was haben sie gemacht? Verstehst du nicht? Du wirst niemals in Kontrolle, niemals nichts, als Paus in unseren Planen, um eine große und glücklichste Krieg zu den Menschen. Und deine Instrumenten der Insurrecke werden sie detonieren. Wenn wir so wählen! Gott, verdammt! Jetzt lassen wir uns die Karten auf unsere Hauptspunkte! Der Trial des Ego Extremismus Group Avalanche! Terroristen mit Mutai und seine Mitgarn. Dein Verrücker ist nicht erklärtlich. Dein Verrücker ist zu Leben. Ich hab Angst von etwas. Ich hab Angst von all das. Was ist das? Die Musik ist so geil. Die Musik ist so geil. Die Musik ist so geil. Oh Gott, das kommt so schnell immer. Oh Gott. 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 Das war's für heute. Okay, nice. Was? Ich verliere die ganze Zeit linken. Was ist da los? What? Oh, jetzt ist er betreutig. Warum bin ich immer betreut? Warum machen wir das nicht bei den anderen Charakteren? Huh? 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 Ah, jetzt macht er das Andocken? Ernsthaft? Wir wollen doch ausweichen, ne? Huh? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Huh? 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 Schockschuss. Oh oh. Das ist nichts. Don't give up. Hurry up, you can handle it. I'm taking over. I got it. I'll do it. Let's do it. Yes! Beat them! Get up on me! Bring it! Got it! There! Here it comes. Bring it! Ow! It's coming! It's good! You need to lead them forward. Yes! Take the lead. Let me handle this. Need my help, do you? Let me show you how I've done it. Yeah. Light them up. I have to fight. I have to fight with you three for long enough. No! I want you to die! Do you want me to fight? Ich bin halt ein Lug. Kann man nix machen. Der Shed ist immer im Recht. So oder so. Achso, okay. Ich habe dich verabschiedet. Überraschung. Immer hier, wie du es hast. Oh! 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 Oh, Limit! Granate! Bitte, treff! Oh! Oh! Oh, ja! Berg gesessen! Schockschuss! 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 Grafikschuss! Er war doch im Schockzustand, wie kann er denn schon wieder da raus sein? Oh, oh. Ow! Schon wieder die Panzerkanone? What, 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 what? Oh. 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 Okay. Wait, what? Oh. What? What? Was passiert hier gerade? What, what, what? Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh mein Gott. Be careful. Wir haben nicht lange Zeit, um zu beherren. Geh Tifa und weg von hier! Ich... Ich habe falsch gemacht. Das ist nicht der Ende der Leben für dich oder ich. Cloud! Komm schon! Trotz, ich bin beeindruckt. Graveling Hope... No! Cloud! Ah! Ui, das war ein nervenaufreibender Kampf. Aber ich glaube, ich weiß auch, wo der Fehler lag. Ich glaube, wir hätten auch schneller Schaden machen können. Ich habe vergessen. Das fällt mir aber jetzt im Nachhinein erst auf. Ich habe vergessen, aufzuleveln. Die Waffen zu modifizieren und sowas. Das habe ich ja bepercheckt. Okay, das ist auch geworden. Hey, buddy. Hey, buddy. You okay? You okay? You okay? Made it through with just a couple of scraped knees back then. Back then? Back then? What do you say? We doing this? We doing this? Have we? Never mind about that. Right now, you need to focus on yourself. Move something. Anything. Anything. Why not? Good. Easy does it. Slow. Slow. And steady. Yeah, yeah. Hey. Who are you? Who are you? Who are you? I am. You're everything. Hello in there. Oh, Cloud. There's still so much to be done. Das Wiedersehen. Kapitel 8. Oh. Oh. Maybe you're not okay. Ah, he lives. Finally awake, are we? You're? Aerith. It's Aerith. And you are? Cloud. Nice to meet you again. Again, huh? What? You don't remember? What about the flowers? Oh. The flower girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. You came crashing through the roof without so much as a look out below. Fell right into my flower bed. Lucky for you. Like, really. S-sorry, I didn't mean to- Don't worry about it. They're a lot tougher than they look. This place, it has a kind of power. Before I forget, you dropped this when you landed. Thanks. I've got one, too. You, and everybody, and their mother. Not like mine, no. It's special. Mine's not good for anything at all. I bet you just don't know how to use it. Okay. Could be. Though, I really don't mind. Just having it is enough. It was a gift from my mother. It's pretty crazy, huh? Let's meet again like this. You should stay a while. Oh, yeah. Oh. 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 so das war es aber mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja leichter lassen würde mich freuen ansonsten bis zur nächsten folge